Ja, liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, in der Koalition müssen wir nicht immer die gleiche Meinung haben. Und was die Cannabispolitik angeht, müssen wir von den Piraten überhaupt nicht belehren lassen. Es hat die Grünen eine Cannabispolitik gegeben, wo die Piraten überhaupt nicht existiert haben. So gesehen werde ich jetzt versuchen, ein bisschen unaufgeregt und wirklich fachlich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Seit der Steinzeit hat es keine Gesellschaft gegeben, drogenfrei war. Es geht nicht darum, einfach drogenfreie Gesellschaft zu machen, sondern ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, wie man kontrolliert, wie man mit den Drogen umgeht. Wir haben, Cannabis ist tatsächlich nach wie vor beliebste illegale Droge in Europa, sage ich nicht, sondern zu dieser Bewertung kommt die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in ihrem Jahresbericht 2011. Es wird auch so sein, dass wir in der Bundesrepublik, weil jede Gesellschaft seiner Drogen hat, egal ob es legal oder illegal ist. In der Tat, Cannabis ist heute flächendeckend frei verfügbar unter den Bedingungen eines unregulierten, illegalen Drogenmarktes. Das ist nicht so, dass wir unter Kontrolle haben. Die gesundheitlichen Gefahren von Drogen, egal wirklich, ob es legal oder illegale Drogen angeht, dürfen nicht gering geschätzt und verharmlost werden. Eine der zentralen Fragen in der Drogenpolitik lautet daher nach wie vor, mit welchen Maßnahmen einem gesundheitgefährdenden Cannabiskonsum wirksam begegnet werden kann. Wichtig ist es, mit diesem Konsum dieser Substanzen verschiedene Risiken so gering wie möglich zu halten. Das Konzept, durch Verbotpolitik den Cannabiskonsum einzudämmen, ist gescheitert. Das müssen wir endlich akzeptieren. Die bisherigen Erfahrungen zeigen deutlich, dass das Verbot weder Jugendliche noch Erwachsene wirksam von dem Konsum abhält. Im Moment gibt es in der Bundesrepublik 2,3 Millionen Menschen, die Cannabis konsumieren, 20 Millionen Menschen irgendwann mit Cannabis Berührung gehabt haben. So gesehen müssen wir mit der Realität auseinandersetzen. So ist der Cannabiskonsum in der Bundesrepublik eine Volksdroge. Sie können leugnen, Sie können sagen, wir wollen das nicht, aber diese Situation wird es nichts ändern, wenn wir unsere Umgangsformen mit der Cannabis und mit anderen Drogen überhaupt nicht kritisch reflektieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb wollen wir eine kontrollierte Abgabe in der Bundesrepublik vorantreiben, damit man Präventionsarbeit, Jugendschutz vorantreiben kann. Anonyme Präventionsarbeit können Sie nicht leisten, wenn Sie die Konsumenten kriminalisieren, zwei, drei Broschüren herausgeben, sondern Präventionsarbeit funktioniert nur, wenn Sie gezielt mit den Menschen Kontakt aufnehmen. Jede Sucht hat eine Geschichte. Alleine Cannabis verursacht keine Abhängigkeit, sondern muss eine Persönlichkeit dahinterstehen. So gesehen können wir tatsächlich Präventionsarbeit nur leisten, wenn wir eine kontrollierte Abgabe ermöglichen und die Diskriminierung und Kriminalisierung der Konsumenten und Konsumenten abschalten. Deswegen ist unsere Idee diese Präventionsarbeit, Jugendschutz und Verbraucherschutz. Sie wissen ja, was in diesem Cannabis und seiner Derivaten im Moment beigemischt wird. Von Blei bis anderen. Das ist ein gesundheitgefährdendes Risiko, das wir minimieren möchten. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz dieser inhaltlichen Übereinstimmung können wir mit dieser Art und Weise Ihren Antrag jetzt nicht zustimmen. Erstens, weil Sie von der Präventionsarbeit keine Rede ist, weil Sie Jugendschutz überhaupt nicht erwähnen. Und zweitens gilt es Ihnen überhaupt nicht, das Thema voranzutreiben, sondern einfach Ihre Duftmarke zu setzen. Deswegen schreiben Sie schnell zwei Sätze von unserer Bundestagsfraktion, sondern liegen Sie hier. So geht es mal mit so einem Thema nicht um. Das ist gesellschaftlich ein sehr polarisierendes Thema. Deswegen müssen wir miteinander fachlich auseinandersetzen. Hätten Sie mindestens zur Überweisung machen können, da könnten wir fachlich reden können. Aber in dieser Art und Weise, wie Sie mit diesem Thema umgehen, schaden Sie diese Angelegenheit. Deswegen werden wir Ihren Antrag trotzdem ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege Ünal, bleiben Sie bitte einen kleinen Moment da. Es ist mir nicht gelungen, Ihren engagierten Redefluss am Schluss so zu unterbrechen, dass ich Sie hätte fragen können, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen wollen. Natürlich, bitte schön. Deshalb würde ich das an dieser Stelle jetzt noch mal nachholen wollen. Und Herr Kollege Schulz, bleibt dabei. Okay, dann haben Sie jetzt das Mikrofon. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin und Herr Ünal. Ja, ich teile Ihre Auffassung, Frau Präsidentin. Es war mir auch durchaus wert, den Beitrag bis zum Ende zu hören. Und danke Ihnen für die Zulassung der jetzt nachgezogenen Zwischenfrage. Herr Kollege, dürfen wir nach Ihren Ausführungen davon ausgehen, dass von Seiten der regierungstrahlenden Fraktionen, insbesondere aber auch Bündnis 90 die Grüne, in den nächsten Wochen, nachdem sie ja voraussichtlich und gemäß Ankündigung unseren Antrag ablehnen werden, einen im weitesten Sinne gleichlautenden, vielleicht um die von Ihnen erwähnten ergänzenden Punkte erweiterten Antrag hier im Landtag behandeln dürfen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Schulz, ich habe ja am Anfang erwähnt, natürlich kann man nicht verleugnen, dass es in dieser Sache unterschiedliche Meinungen gibt. Deswegen müssen wir miteinander diskutieren, fachlich auseinandersetzen. Aber wir haben natürlich das Ziel vor Augen, dass wir mit dieser Situation anders umgehen müssen. Deswegen gibt es auch einen Entwurf, den wir intern abstimmen müssen. Hier kann ich nicht mehr sagen. Nach der Diskussion in unterschiedlichen Arbeitskreisen, sowohl in der SPD als auch bei den Grünen, werden Sie Ergebnisse hier repräsentiert bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.